Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Game of Thrones Teil 2, Kapitel 2, Episode 2 von Telltale. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the wall. Und das werden wir jetzt spielen. Ja, ich habe doch, ja, habe ich, ich habe die Episode, finde ich, die letzte. Das weiß ich, das ist auf Kamera. Das Spielstand dürfte ja eigentlich nicht weg sein. Ladezeit. These are dark days, I fear. The North Grove must never be lost. Just, you're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. I've decided to name you as my center-hunter, my lord. I'm just worried about my family. The king was not inclined to offer help for your family. Are you willing to risk an alliance with the crown? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother crashing. We don't want White Hill men within these walls. You can be my highborn ward. My lord, if you want a hostage, take me. Ethan. No! Don't let them take me! Stop! Oh, okay. My son. Eine kurse Zusammenfassung von dem, was letztes Mal passiert ist. Ethan wurde getötet. Von Ramsey Snow, dem Bastard. Jetzt sind wir wahrscheinlich in, äh, Across the Narrow Sea, in, ähm, keine Ahnung, Westland-Teilchen, ehrlich gesagt, gerade. So lange kein Game of Thrones mehr geguckt. Also seit einem Jahr. Das ist dann wahrscheinlich der Bruder von Ethan, soweit ich weiß. Soweit ich mich erinnere. Okay, was geht ab? Was ist das? Stimmt wohl, das sieht nicht so strong aus. Was ist hier? Moment, Leute, ich muss mal kurz, ähm, äh, Shabbings. Ähm, Untertitel hätte ich gerne. Texturqualität, Unterneiser, ist das alles klar? Äh, ist das bei Gameplay mit drin? Und, äh, er wird das besser, okay. Audio-Video vielleicht? Plasturon, Display, Subtitles on, okay. Okay, sehr gut, ja, Subtitles. Und ich glaube, ich mach das Ganze mal ein bisschen heller. Genau, okay. So, okay, können wir weitermachen. Resume. Schön, dass du dir selbst einen Platz hast, dann. Es ist Blut. Ah, lieber ausprobieren, Vorsicht, Zeit. Weiß er nie. Das war wahrscheinlich... Fragrant. Okay, ist das eine Wasserpfeife oder wie? So ein, so ein schönes Ding. Schöne Axt auf jeden Fall. Na, nehmen wir mit. Vor allem, was kommt. Ich weiß, wie wir waren die erste, um den Platz aufzunehmen. Naja, okay, dann gehen wir mal zu der jungen Dame da hinten. Was ist denn hier? Karte? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Frau, Schäuze, vier Jahre lang, vor allem von deinem Seite, und du noch nicht überrasst. Komm schon, Asha, weiter nachschauen, lass uns zu trinken. Okay. Ale. Es kommt in geläubig, kommt in geläubig. Es kostet noch Zeit zu trinken, wenn du mir gefragt hast. Wir haben es gefunden, dass wir es in einem gewöhnlichen Tavern gefunden haben. Es ist nicht schlecht. Das Läub ist für dich? Es ist die einzige Sache in Yunkai, die nicht. Ich weiß. Es ist eine schlaufe für die Schäuern, die Verlusten und andere Schäufe. Du solltest dich gut sein. Ich weiß, dass ich. Kannst du uns trinken, thiebe und kämpfen bis zum Ende? Ich werde das trinken. Haha. Du trinkst auf alles. Noch ein Rund? Ja. Ja. Fettus schweinchen Wie geht's er? Wir brauchen ihn lebendig, um seine Brüder zu holen. Nach dem... Remind mir mal wieder, was dieser Pferd-Pig-Fucker name ist? Buzat-Zov-Grrr... ... oder etwas, oder was. Keine Worte, wirklich. So lange wir unser Gold bekommen. 800 Gold-Dragons für ihn zu holen. Glücklich, dass wir ihn versuchen, um Yunkai zu fliehen. Glücklich für uns. Nicht so Glücklich für ihn. Wir sollten noch mehr Vor-Marsch-Slave-Masters mit Bounties auf der Hände. Ich brauche noch mehr Fertig-Fatmen in meinem Leben, danke. Sie sagen, nur die Pferden wissen, wie wirklich Geld. Wir kaufen die besten Wines, die besten Hors. Sie sitzen in einem Bett ohne Fleas? Das klingt gut, nicht wahr? Wer braucht die besten Hors, wenn die schlechte Horsen so viel Spaß haben? Ich wusste, dass ich dich für ein Grund gefällt. Und mein Punkt ist, mit genug Geld, wir können alles tun. Wir gehen woanders. Ich kann eine Passage zurück in Westeros. In Ironrath. Ich habe nichts von meiner Familie in Jahren gehört. Du sagst, nach Hause? Sie haben dich als Scheiße gemacht, da. Sie haben dich aus, weil du in Liebe mit einer Frau von der falschen Haus verliebten. Gwyn. Das Mann nicht wählt, wer er liebt. Ihre Familie sollte das verstehen. Westeros und ihre Blütenhause. Wer überhaupt nicht interessiert. Es ist alles ein Grund, um alle anderen was zu tun. Sie sind immer meine Familie. Meine Brüder und Schöne. Sie haben nichts zu tun damit. Ich glaube, das ist wahr. Ich bin nur ein Grund. Ich bin nur ein Grund. Wir haben eine gute Idee hier. Und in jeder Moment, wir werden jetzt rücheln. Wir machen uns ein Toast. Für alle unsere Möge-Bastards. Für uns. Aye, zu uns. Du bist nicht so drunter, oder? Entschuldigung. Biscay, ich dachte, Friede's Schläge die Bounty auf Berserk. Sie haben das. Mit seinem eigenen Gold. Also warum sind hier die verdammten Legionen? Was ist das Tazal? Von Volantis Job? Vielleicht hat er vergessen. Du! Ich sagte, wenn ich dich wiedersehen... Tazal! Es ist nicht lustig, wie Olaf alle Freunde zusammenbringt? Das hat deine verdammten Hände! Es ist gut zu sehen, Tazal. Wo ist er? Wo ist er? Hier! 400 Dragons! Sie müssen arbeiten für die Wise Masters. Und das ist alles, du hast? Die Bounty ist 800. Du hast 4. Es ist mehr als du verdienst. Was ist das? 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 Wir sind alle hier? Wir sind nichts wie du. Die Lost Legionen ist die Blut der Allfalleia. Und wir sind fertig mit den Orders von Wimperigen Pigs. Bloody Hell! Und wir sind fertig mit dir, auch. Was ist das? 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 Das ist das? Ich würde mich nicht mehr wie wichtig sein. Die Bounty des Maßen wird. wie Asha Forrester hat die venerable Besak gemacht. Wie er nicht mehr als 800 Gold Dragons also er zerstört sich Besak. Ich? Lugend, wir waren da, zu beantworten die Hölle. Du hast das Geld, und wir bekommen. Blame Come on! Shit! This is for Volantis! Bastard! Fuck you Ash! Aaaaah! F*** you Ash! Aaaaaah! B****! I can't get this! I'll be able to get this! Aaaaah! Aaaaaah! Pretty good huh? You know what this reminds me of? That brothel in Novos! oh shit Geh sie beide! Geh sie! Geh sie! Malcom! Nichts! Malcom, stop! Asher! Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, mein Junge. Es ist zu lange. Was machst du hier? Dein Bruder Ethan hat mir gesagt. Ich bin hier, um dich nach Hause zu bringen. Er ist tot. Oh, scheint er zu erschienen mit dem Bildschirm. Okay. Nice. Geh es dir. Kalau ich, musste das nicht verkaufen, Wir waren übrigens gerade in Essos, das ist Menschen eingefallen, wie der Kontinent heißt. The Lost Lords, Episode 2. Bald kommt ja die neue Staffel von Game of Thrones, da freu ich mich schon drauf. Das wird geil. Das ist nicht der Typ von Anfang, der für tot erklärt wurde eigentlich. Aber der scheinbar immer noch lebt. Redrick Forrester, sag ich doch. Das ist hier der Oberchef, glaube ich. Der Forrester ist. Der Forrester ist nicht so weit weg. Ich will ihn töten. Achso, nee, das ist der älteste Sohn. So rum war das. Das ist weit genug. Ich komme aus den Zwischenbünen, die in den Todes von House Forrester. Lordly Tarps von der looksen. All right, wir nehmen sie. Well, sie sind nicht frei, sind sie? Wie viel sind sie für sie? Ser Eiland? Du wieder? Wer hast du das? Some poor peasant, dressed up wie ein Lord? Ein Stabler mit Fannermann's clothes? Du hast das in Duskendale gemacht. Und du hast das fucking Stolz, um es zu versuchen? Nein, ich... Das Haus hat die Verlust von vielen guten Menschen gegeben. Und du darfst hier kommen, um zu haben Forrester. Sie sind Forrester. Schau mal die Köln. Okay, ich bin sicher, dass du... Leave. Jetzt. Okay, ich werde ihn in den Berg, dann. Wenn du hier wieder zurückkommst, wirst du nicht verlassen. Hast du das? Aye, ich habe dich gehört. Du wundervoller Scheepfucker. Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! We have to go! Thanks a lot! What is it, Sir? This one's still alive! You there! Who are you? How could you smell? Roderick? Roderick! By the gods, it is you! Sir? Fetch the Meister, hurry! Fetch the Meister! Roderick! Der bringt also die Gefangenen zurück nach Hause, damit sie da begraben werden können, glaube ich. Damit kann man natürlich auch Geld verdienen. Findet ihr los! Ich bleib mich da nicht auf. Boah. It's a very cool game. Ich bin sehr delicatter Moment in der Bekrieg. Bitte, ich will sehen meinen Sonnen. Lass ihn... Herr, meine Frau, ich muss sagen, dass Sie wegfallen. Nein, Roderick, was haben sie dir gemacht? Diese Wälder würde jeder anderen Mann töten. Wie es ist, kann er nicht wieder gehen. Roderick, dann? Was ist mit ihm? Er trinkt die Milch von der Poppe. Bitte, nicht mich verlassen. Nicht Lied.